Konnichiwa meine Freunde und wir sind wieder da und es geht mal direkt weiter mit dem nächsten Video und zwar mache ich weiter bei den Funny Weird Blablabla Commercials von Japan und ja ich würde sagen los geht's ne wir haben Lust auf Poki wir haben Lust auf Poki und ich habe noch zuhause Poki und ich habe ganz viel verschenkt an Poki und Hello Kitty Snacks Das sind Donuts? Echt? Geil Nein, das ist schon Mario Merde Na komm mal was von Mario? doch warte das ist schon mal ein was von wild iu wui 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 wir sind die lingere Mega-Liber wui war mir das ist schon waja 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 Äh, Spider-Man of Doctor-Bus Fliegenflasche, äh, Mückentöter. Ganz rar, ganz klar, Mückentöter. So, On-D-Sin, jetzt kommt's wieder. Hoffentlich kommt wieder was Animiertes. Ich bin gespannt. Milch-Seafood. Milch? Kennt ihr das? Milch und... Milch-Nudeln. Ha! Ich spritz in deine Nudeln und Gewürze und spritz. Und nochmal Gewürze. Spritz, Spritz. Ja, mann, schmeckt geil. Hä, ich spritzt. Okay, also müssen wir nicht, hab ich das auch noch nicht gesehen. Okay, krass. Oh. Baseball. Spielen wir den Hunten auf Placeball. Oh, der ist so süß. Ich will ein Haft. Boah, war das Plastik. Haben die jetzt für die eine Szene wirklich einen Plastikhund gebaut? Und hier am Stock einfach so einen Plastikhund hinterher gefasst? Konforme, 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 Konforme. Okay, ich hab dir Chips besorgt. Jetzt kannst du aber... Ah, nicht mehr Beispiel. Die hab ich gar nicht probiert. Aber die hab ich gesehen. Jetzt trinkst du Alkohol mit, denn wir hauen ganz viel Alkohol rein. In eine Limo. Ja, die haben auch sehr viel, ähm, so Softdrink mit Schnaps drin. Also wirklich mit Whisky, wenn ich mich nicht irre. Schreibt mir, wenn ich mich irre. Du trinkst jetzt so eine Limo und auf einmal hat die halt... Also es ist halt ein bisschen krasser als Alkohol, fand ich jetzt. Es gibt aber auch sehr leckeres Bier mit Geschmack. Das muss auch sein. Raupi, du bist doch traurig jetzt. Und du zu der Spitze, zu der Spitze, ich bin der Beste. Oh. Oh nein. Hatte du so viele Augen? Ich weiß auch. Nein, 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 wir brauchen schon den besten Tee. Okay, sehr geil. Muss nicht, dass Rauben so stark sind. Veranstaltungs-Set gereicht. Das ist ein Text nach meinem Geschmack. Das ist ein Text nach meinem Geschmack. Und das ist ein Gefühl in deiner eigenen Kraft. Weil wie aus dem Star Wars so vollem Anime-Flair kommt hier. Oh mein Gott, wie geil. Boi, du Japan. Bei Japan-Kaptinido. Japan-Noodle. Ja. Von der unten ist Japan-Think-Channel. Den könnt ihr auf jeden Fall mal abonnieren. Ich hauche den Link mit in die Infobox rein. Weil wenn ich es schon klaue, dann... Ja, muss doch das schon erwähnt sein, Alter. Ach, was denn hier das schon wieder sprachlich. Das war es mit der Folge von heute. Und, äh, ja, schreibt mal rein, was ihr am geilsten fandet. Und ich würde mal sagen, sayonara. Wir sehen uns demnächst. Ciao.